Hallo zusammen Freunde, ich begrüße euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute mit der Hängerbox ein weiteres Produkt aus der aktuellen Superstars Kollektion zur Saison 2022-23 von Topps anschauen wollen. Und in dieser Hängerbox, die es für 11,99€ zu erwerben gibt, befinden sich insgesamt 4 Päckchen mit je 8 Karten, bedeutet also 32 Karts, die man aus einer solchen Box ziehen kann. Und darunter befinden sich, und das ist das Besondere an diesen Hängerboxen, 2 exklusive Mystic Parallel Karts, die man nur aus diesen Hängerboxen ziehen kann. Diese Mystic Parallels, nicht nummeriert, haben aber, wie ihr merkt, dann doch schon eine gewisse Seltenheit, wenn man immer nur 2 in einer solchen Hängerbox findet, die wir uns auch mal eben schnell von allen Seiten anschauen. Und nachdem wir das getan haben, geht es jetzt auf ans Innere, ziehen das Ganze hier oben mal auf, sehen unsere 4 Päckchen, die wir dann mal schnell rausschütten. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit unserem Unboxing von diesen 32 Karten. Und vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr die komplette Checkliste sucht, sowie eine Übersicht über alle Parallels, die es in dieser Kollektion gibt, sind ja insgesamt 16 verschiedene, dann findet ihr das natürlich auf der Collectors Webseite. Den Artikel dazu habe ich euch mal rechts oben in die Infobox gepackt. So, unser erstes Päckchen beginnt mit Thomas Müller von den Bayern als Base-Karte. Zweite Base-Karte kommt von Joao Felix von Chelsea. Dann kommt unser erstes Parallel und das ist eine Common Yellow Image Variation Parallel, von der wir eine Indie im Päckchen finden. Und hier haben wir Wissam Ben Yedder vom AS Monaco. Dann haben wir eine Rare Ice Parallel im Päckchen mit Uriah Schuameli von Real Madrid. Das ist doch gar kein so schlechter Treffer, nachdem diese Rare Ice Parallels nur in jedem sechsten Päckchen normalerweise vorhanden sind. Dann haben wir rein Gravenberg als normale gelbe Parallel von den Bayern, genauso wie Benjamin Sesko von Salzburg. Und als restliche Base-Karte in Granit Xhaka von Arsenal und Federico Chiesa von der Juve. So, da hat unser erstes Päckchen doch schon mal ein bisschen was abgeworfen mit der Rare Ice Parallel. Schauen wir mal, was das zweite bringt. Das beginnt mit Kucke von Atletico. Dann haben wir Riyad Mahrez von ManCity als Image Variation Parallel. Antoine Griezmann von Atletico. Und da kommt die erste schwarze Mystic Parallel mit so einem Holo-Foil-Effekt, der dem Ganzen noch so ein gewisses Extra verleiht. Und wir haben Nicolo Barilla von Inter Mailand als Mystic Parallel in unserem zweiten Päckchen. Dazu gibt es noch eine Uncommon Green Parallel von Stefan de Frey, ebenfalls Inter Mailand. Und dann als normale Yellow Parallels Otavio von Porto und Mohamed Camara von Monaco. Als Base-Karten David Neres von Benfica und Sergio Busquets von Barcelona. So, das Päckchen war sehr interlastig, was die Parallels betrifft. Schauen wir mal, wie es im nächsten aussieht. Wir bleiben zumindest in Italien mit Giro Immobilie von Lazio. Dann haben wir Virgil Ferdijk von Liverpool. Die Final-Boss-Insert-Karte von Erling Haaland von Manchester City. Auch das, wie ich finde, ein klasse Treffer. Lissandro Martinez von Manchester United als Image-Variation Parallel. Harry Kane von Tottenham. Sowie Lionel Messi von Paris Saint-Germain sind unsere gelben Parallels. Und als Base-Karte haben wir dann noch Dimitri Pallier von Olympique Marseille und Donnarumma von Paris Saint-Germain. So, bleibt noch unser viertes Päckchen, das ja dann nochmal eine der Mystic Parallels enthalten sollte. Und das beginnt mit Eva Nilsson von Porto. Dann haben wir Serge Gnabry für die Bayern. Wesley Fofana als Yellow Image-Variation Parallel. Dann kommt Sandro Tonali vom AC Milan als Mystic Parallel in Schwarz. Und auch hier haben wir wieder eine grüne Uncommon-Parallel-Päckchen mit Fede Valverde von Real Madrid. Legende Samuel Eto'o von Inter als Legenden. Yellow Parallel. Und unser zweiter Yellow Parallel ist Casemiro von Manchester United. Und zum Abschluss haben wir dann noch Dusan Tadic von Ajax und erneut Sandro Tonali von Milan als Base-Karten. Ja, das auf jeden Fall eine sehr italienisch angehauchte Hängerbox mit den zwei Mystic Parallels von den beiden Mailänder Vereinen AC Milan und Inter. Das Ganze eigentlich gut passend zum UEFA Champions League Halbfinale, bei dem Inter sich ja dann durchgesetzt hat. Ja, das war die Hängerbox aus der Superstars-Kollektion. Insgesamt doch ein recht kurzweiliges Vergnügen, bei dem das Spannendste dann sicherlich ist, welche beiden Mystic Parallels man aus den Packs zieht. Auch wenn wir daneben mit der Final-Boss-Karte von Erling Haaland natürlich auch noch einen schönen Treffer bei den Insert-Karts gelandet haben. Euren Eindruck von dieser Hängerbox jetzt gerne unten ins Kommentarfeld. Freue mich da über euer Feedback. Genauso wie mein Däumchen nach oben für dieses Video. Und dann sehe ich alle, die sich bereits eins der kostenlosen Kanalabos gesichert haben, zu einem der nächsten Videos wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.